Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ich bin wirklich wahnsinnig gern in der Schweiz. Das Einzige, was ich an Ihrem Land nicht so verstehe, das ist die Neutralität. Was hat Ihnen das gebracht? Wenn man sich so Ihre Landkarte anschaut, der Krieg ist seit Jahrzehnten vorbei, aber Sie sind immer noch in vier Besatzungszonen geteilt. Und Sie haben nicht mal mitgekämpft. Schrecklich, oder, dass wieder ein Weltkrieg im Raum steht. Das Einzige Gute daran ist, Österreich hat Ihnen nicht begonnen. Nein, nein, bitte kein Applaus. Es ist doch Ehrensache. Wir sind schließlich auch neutral. Was so viel bedeutet wie im Falle eines Krieges sind wir für die Sieger. Österreich ist nicht mal in der NATO, was die NATO nicht weiß. Wenn die NATO-Generäle auf die Europakarte schauen, dann denken sie immer, wir sind ein Fettfleck, der sich jederzeit ausbreiten kann. Immer dieses Misstrauen, dass wir irgendwo einfallen. Täglich hören wir Österreicher Finger weg von Südtirol. Was wollen wir mit Südtirol? Wir wollen ja nicht mal Nordtirol. Napoleon. Napoleon hat uns damals versprochen, Österreich von den Tirolern zu befreien. Hat aber nur halb funktioniert. Wie wenn man eine Zecke rauszieht und der Kopf bleibt stehen. Wir würden wirklich, wir würden Nordtirol so vertauschen gegen Lichtenstein. Lichtenstein, das ist schön, oder? Da kriegt man fast wieder Lust. Das hätten Sie auch gern, oder? Aber keiner mag den ersten Schritt, so aus Höflichkeit. Das ist so ein Eiertanz um das letzte Stück. Aber bitte, 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 bitte greifen Sie zu, bedienen Sie sich. Ich weiß, Sie sind nicht Kampferfahren. Ja, die Schweiz. Ihre letzte Militäroperation, ich habe es extra nachgeschaut, das war der Stecklikrieg. Süß. Ja, das klingt nach einer eskalierten Partie Mikado. Aber, aber was soll's. Nein, da brauchen Sie sich. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Außer dem Lichtenstein, das schaffen sogar Sie. 40.000 Einwohner, ich bitte Sie, das hat man doch an einem Nachmittag obert, oder? Aber vielleicht lassen Sie es doch sein. Ja, sonst kommen noch mehr Flüchtlinge. Und ich habe jetzt bei mir daheim Ukraine aufgenommen. Nicht, um damit anzugehen. Ich habe es wirklich gern gemacht. Es war mir ein willkommener Anlass, endlich die Syrer rauszuhauen. Die waren natürlich stinksauer. Ja, die haben gemeint, was, warum müssen wir jetzt raus? Pack die Ukrainer doch in den Putzraum. Aber ich habe gesagt, was, seid ihr wahnsinnig in den Putzraum? Da verstecke ich Ungeimpfte. Sie kennen mich, oder? Ich und mein weiches Herz. Ja, jetzt wohnen wir eben alle zusammen und es ist okay. Es ist, es ist wie es ist, gell? Also es ist, ich sage es in diese Ukrainer, irgendwas stimmt mit denen nicht. Ich glaube, das sind Russen. Oligarchen auf der Flucht. Aber wie soll ich das unterscheiden? Die Welt ist zu komplex für mich. Ich kenne mich oft überhaupt nicht mehr aus. Letztens war ich bei einer Demo, da habe ich ein Schild gesehen, wo oben stand, Putin, go home. Was? Er ist doch zu Hause. Das ist ja sein Problem. Alle anderen waren schon in Kiew. Scholz, Macron, Johnson, alle, nur nicht Putin. Jetzt kommt auch noch der Papst. Na, den braucht man an der Front. Und. Pazifist, schwer zu Fuß, sieht aus wie eine weiße Flagge. Das ist ein Wahnsinn. Gewünscht haben sich die Ukrainer Panzer. Kriegen tun sie das Papamobil. Das feuert nicht Raketen ab, um Russen zu vertreiben. Nein, da spielt Eiswagenmelodien, um Kinder anzulocken. Aber ja, da soll es, da soll es. Nein, nein. Sie tun mir schon leid, die Ukrainer. Gleichzeitig, bitte, bitte, kommen Sie mir nicht dauernd mit diesem Selensky. Der ist nichts weiter als ein Dieb. Vom Komiker zum Kriegshelm. Das war mein Karriereplan. Na gut, seien wir realistisch. Bei mir wäre es eher vom Komiker zum Kriegsverbrecher. Na, Kriegsverbrecherin. Pardon, ich gendere nur ungern. Doch kleine Mädchen sollen wissen, dass sie alles werden können. Oder? Ja. Ja, eben. Mir kommt vor, wir sind derzeit alle ein bisschen verwirrt, oder? Keiner weiß so recht, was tun. Aufrüstung, Abrüstung. Das Einzige, was man gut kann, ist Entrüstung. Wett, Entrüsten auf Twitter. Aber damit gewinnt man keinen Krieg. Man kann nicht jeden Tag einen General auswechseln, weil er wieder was Diskriminierendes gesagt hat. Über den Gegner. Während der Schlacht. Er hat den Gegner Feind genannt. Und befohlen, ihn anzugreifen. Das ist Hate Speech. Dabei war extra abgemacht. Am Schlachtfeld keine Mikroaggressionen. Mikroaggressionen. Früher, da gab es noch echte Cancel Culture. In der Antike. Per Seuss hat der Medusa den Kopf abgeschlagen, weil er dachte, ihre Schlangen, das sind Rasterzöpfe. Wie löst man Konflikte heute? Mit Wirtschaftssanktionen. Große US-Konzerne ziehen sich aus Russland zurück. Also so Starbucks, McDonalds, Coca-Cola. Ich finde es ja immer berührend, wenn steuerflüchtige Grundwasserdiebe ein Zeichen gegen Krieg setzen. Gleichzeitig. Nein, klatschen Sie da nicht. Ja, klatschen Sie, wenn es lustig ist. Nicht so ein Bekenntnis klatschen. Wir sind nicht in Deutschland. Auf jeden Fall. Genießen wir es. Nein, das ist ja schön, aber ich muss sagen, also militärstrategisch halte ich es für unklug, dem Feind das Fast Food wegzunehmen. Das macht die doch nur agiler. Und schlank sind sie nur schwer zu treffen. Wollte man den Russen schaden, müsste McDonalds seine Filialen verdoppeln. Der Feind muss fett sein und nicht zu verfehlen. Okay, wissen Sie, wer sich auch noch zurückzieht? Der weltgrößte Alkoholproduzent. Das ist eine Spitzenidee, die Russen ausnüchtern. Dann können sie auch noch richtig zielen. Aber okay, haben wir bessere Ideen? Nein, was machen wir? Frieren gegen Putin. Das ist auch schön. Wir werden alle Kriegszitterer, ohne dass wir je an der Front waren. Es werden sich viele erkälten in diesem Winter. Aber es wird ganz anders werden, als die zwei Corona-Winter davor. Niemand wird mehr in Quarantäne gehen. Im Gegenteil, man wird stolz sein auf sein Husten. Verstecken müssen sich jetzt die Gesunden. Denn wer nicht krank ist, hat heimlich geheizt. Ich muss zugeben, der beste Vorschlag, den ich zu dieser ganzen Schose gehört habe, der stammt von Donald Trump. Der hat gemeint, wir sollten Russland mit Kampfjets angreifen, auf die wir chinesische Flaggen gemalt haben. Naja, das wäre vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Ich wissen Sie was? Ich sage, wir malen die Flaggen Lichtensteins. Vielen Dank, Herr Schöner.